Die neue Season 3 ist da und wir haben die absolute Meta gefunden. Wir haben das krasseste Auto, das Boss-Auto, freigeschaltet und haben damit über 20 Kills gemacht und sind komplett durchgedreht. Die Season ist zu heftig, Leute, ist zu heftig. Redo-Gott-Studdy! Was geht ab, YouTube-Starts-Kipps? Wir abschauen heute mit einem neuen Video. Ich bin aufgeregt bei Absolut Guide. Das ist die erste Runde. Guckt's hier, Leute. Karte ist hier. Oh Gott, man sieht sogar die Medaillen auf der Karte. Bro, lass hier. Bro, lass zum Big Boss, Bububoss gehen. Aber wir müssen irgendwo... Lass hier landen. Lass hier landen und dann zum Bububoss rüber. Ja, okay, okay. Go, 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 go. Weil wir müssen jetzt erstmal den Bububoss einnehmen. Und der hat nämlich neue Supermedaillen, neue Super-Special-Fähigkeiten und er hat sogar ein Boss-Auto. Nämlich da kriegen wir das Boss-SUV sogar, ne? Ey, es leckt aber ein bisschen. Es leckt ein bisschen bei mir. Ja, ja, same bei mir auch. Also, yo, guck mal, die Hängegleiter an, die ich habe. Vorbei. Alter, aber ist das so ein Roboter halt nicht? Oh, 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 oh. Bro, eigentlich muss ich hier landen, die Waffen mitnehmen. Und ich komm zu dir. Ich hab hier Waffen, ich hab hier Waffen. Ich komm dann zu dir. Okay, easy, bro. Ey, links ist doch drin, ne alte Kriegssturmgewehr. Ich hab Nitro. Nein, oh. Nee, Cola, Cola, Cola. Direkt chill. Ich hab neues Gewehr direkt am Start. Ich hab auch... Ein Schussbombgun. Boah, so wichtig. Stark, 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 stark. Wir müssen gucken, wir waren überall Gegner gewesen. Das Ding ist hier zurück, bro. Das ist ein Rapparatur-Tool. Ja, ja, damit kannst du doch reparieren, das sind die Autos. Ja, ja. Junge, wie sieht das hier aus? Hä? Äh? Bro. Oh mein Gott. Okay, vorbei. Äh? Bro, ist gebunkert. Ich dachte, die Waffen ist weg. Bro, guck mal, was ich habe. So, hörst du mir, bro? Komm, wir shotgarten auch am Start. Oh mein Gott, bro. Bro, was machst du da? Ich hab hier so einen Handschuh. Ich schlieg hier rum. Äh, Gatekeeper ist drin, Gatekeeper. Okay, strong, 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 strong. Äh, äh, das ist heftig, ich hab hier irgendwelche richtig, äh, krassen Teile. Hier sind Gegner, bro. Wir müssen die pushen. Ja, ich komm zu dir, warte. Hier vorne. Oh, ich glaub, hier war Nitro, oder? Nitro, Nitro Spray. Ich hatte Cola gerade. Ich hab Nitro Spray. Bro, die sind oben, glaub ich. Aber was genau macht das Nitro Spray jetzt eigentlich? Bro, damit kannst du durch Wende rennen und so. Kann man das auch von uns beide auch anwenden? Bro, hier oben sind die. Big Damage, Big Damage. Hier ist noch einer. Oh my God. Bro, guck mal, man kann durch Wende rennen. Bro. Was? Bro. Okay, 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 okay. Das ist so P. Man kann durch Wende rennen. Was geht denn jetzt ab? Ich hab drei Nitro Sprays. Ja, das ist krank, das ist zu krank. Ja, ja. Das ist ja andere Welt. Da bist du ja komplett auf Nitro unterwegs. Ich dreh jetzt hier, ey, das sieht echt geil aus. Also, erster Eindruck, hier unten Kiste, alles noch. Hier, ich hab Cola noch, Coca-Cola noch hier. Bam. Zack. Was macht die Cola? Die Cola macht er schilt. Ich hab hier auch noch mal Nitro Spray. Ich nimm's auch direkt mit. Okay, ey, lass. Guck mal, wenn du Nitro Spray nimmst, dann bist du auch schneller unterwegs hier mit Ausdauer. Nimm direkt. Kein Fallscharn. Der hilft halt. Kein Fallscharn. Boom. Das ist zu krank. Kein Fallscharn. Nein. Oh, hä? Äh, Flauberry ist doch drinnen? Ich dimm das mit. Ich dimm das mit. Ja, Nitro Spray. Ey, komm her. Neue G-Klasse. Jetzt neue G-Klasse. Oh mein Gott. Let's go. Bro. Oh mein Gott. Yo, was ist das denn? Komm schon mal hier diese Boost-Reifen. Bro. Rüber, rüber, rüber. Booste. Booste und züch. Wow. Bro, wir fliegen. Jure. Das ist zu ernst, was hier abgeht. Zu krank. Guck mal, leg's oben die Bilder an. Die sind voll auf Nitro. Die machen die Post. Die machen die Post. Hin, 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 hin. Die auf Nitro. Die müssen auf Nitro hin. Ja. Auf Nitro hin. Hier ist er. Für Nitro. 40, 60, I don't pay. Down ist 1, 1, 1, 1, 1, 1. OG-Skin, OG-Skin. Oh, der ist nicht. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der ist nur ein, der ist nur ein, der ist nur ein. Der ist nur ein, der ist nur ein, der ist nur ein. Der ist nur ein, der ist nur ein. Er tut der Schild, Bro. Bro, ich hab kein Sturmgewerf. Ich mach Nitro. Nitro, mach Nitro, mach Nitro. Er haut Nitro-mäßig ab, Bro. Er hat die Handschuhe. Ist egal, komm her, komm her, komm her, komm her. Wir haben hier den Boss, wir haben hier den Boss. Oh mein Gott, die neuen Medaillie. Hier sind Gegner. Er hat die Medaille. Bro, diese Gegner, du musst zu mir kommen, du musst zu mir kommen. Ja, ich bin unterwegs. Bro, die sind hinter mir, hinter mir, ich hab Nitro. Hinter mir. Die sind oben, die sind oben. Da liegen noch irgendwas ultra krasses, liegt da noch, Bro. Nitro. Big damage, Bro, hat big damage, big damage, big damage, big damage. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Big damage, big damage, big damage, big damage, big damage, Nitro, it's go, let's go. Hier noch mal, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, ey, bro, es ist so heftig. Es ist ja auch noch mal crazy, was hier abgeht. Das wird unsere Season, das ist so was von unseres Season. Was ist das hier? Vollstrecker Stromgewehr? Ich hab irgendein Neu-Stromgewehr. Ey, das ist Nitro, ist aber OP, ich sag's dir ehrlich, ne? Oh, Nitro ist zu stark. Nitro, jetzt, weg mit dem. Und ich schau mal, die Medaille, komm gleich wieder zurück. Ja, 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 der will die wiederbeleben. Bro, lass Nitro nehmen und die pushen. Nitro und pushen, komm, 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 komm. Ab geht's. Er ist hier im Auto, Bro. Er macht irgendwelche Flickflacks. Hinterher, hinterher, hinterher. Komm, 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 komm. Er hat eingesammelt. Wo hinterher, hinterher, du schießt auf ihn. Na ja. Verfolgungsjag mit nur so neuen SUV. Kommt er überhaupt raus? Durch das Schießt, 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 Night. Let's go. Bro, er hat boostig gegeben. Bro, er den Schützschirm, oder oben auf, äh, raufgepackt, ne? Wo sind? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kommen andere, raus, 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 raus. Ist da und alles andere im Auto, andere im Auto. Jo, das ist OP. Was macht der? Jo, das ist OP, was die haben. Die haben die da, die da, die da, die da, die da, die da ist. Pass auf, du musst im Auto bleiben. Junge, geschützt zum OP. Dein ist Crack, bro, dein ist Crack von Dennis. Die haben die da, die haben die da. Ich geh hoch hier. Ich seh nix, ich seh nix. Oh, der ist zu low mit der Medaille. Ey, der ist abgauen. Ich glaub, einer ist noch close, bro. Oh, 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 oh. Ja, der ist ein... Da, 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 da. Ich komm raus, ich komm. Ich schieß kaputt, bro, stein kaputt. Oh Gott, ich hab noch nichts, ich treff nicht. Bro, ich treff nicht. Bro, ich treff nicht. Hit, hit. Warte, Bro, ich mach bunkern. Hit. Hey, die bunkern, die bunkern nur noch eine Wand. Crack. Ich sag, ich mach 5, 5, 5. S, äh, S1. Ich flieg in, bro, ich flieg in. Bro, ich schick die, ich schick die neuen Waffen nicht. Oh mein Gott, wo die Handschuhe? Ja, Handschuhe OP. Oh, oh mein Gott, was hast du mit ihm gemacht? Ich hab ihn so gesehen, bro. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Okay, wir müssen jetzt die Medaille holen. Komm, hier ist noch ein Lambo. Junge, die haben übel, hast du noch ein Schild? Nee, Bro. Die haben unnormal Damage gemacht mit dieser komischen, äh, mit dem Geschütz. Bro, ey, ich brauch ein Schild. Komm jetzt, komm jetzt, wir müssen weg hier. Wir müssen weg, bro. Ja, hier ist eine Medaille. Medaille kommt noch, komm, 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 komm. Ey, Geschütz ist OP beim Auto, ne? Ja, komm, lass auch reinsteigen. Oh mein Gott, warte. Ihr pusht mich einer? Komm rein, komm rein, komm rein. Weg, 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 weg. Bro, wir holen das OP-Auto. Das ist der Solo, Bro, das ist der Solo. Ja, 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 aber, Bro, ich hab kein Schild. Ah, okay, stimmt, ja, gut. Bro, warte mal, hier müsste eigentlich noch ein OP-Auto sein. Hier. In der Garage von den Typen, Bro. Lass mal abchecken. Oder war das das, was die hatten? Nee, oder könnte sein. Nee, oh mein Gott, das ist da. Das ist da, das ist da. Guck mal, was hier liegt. Ich hab mir... Guck mal, was ich hier habe. OP-Handschuhe. Oh mein Gott. Das ist das OP-Auto. Aber wir brauchen die Medaille zum Freischalten. Nein, 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 nein. Okay, wir brauchen die Medaille. Okay, wir fahren raus, wir fahren raus. Warte mal, nimm mal Mad-Kit mit. Ja, warte, ja. Oder warte, ich nimm mir, ich nimm mir. Nee, alles gut, ich kann mitnehmen. Warte, ich nimm mir noch Bandagen mit. Wie viele Mad-Kids sind das? Ich hab jetzt eins. Okay, easy, ich nimm mal Bandagen mit. Okay, rein, 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 rein. Also, neues... Ey, also, Geschütze am Auto war echt viel zu stark. Die haben mich one-hit direkt gemacht, ne? Ja, ich hab's gesehen. Oh, vorn ist der Medaille. Da muss ich irgendwo sein. Im Auto. Das ist Solo, Bro, das ist ein Solo. Die Reifen schießen? Bro, jetzt schusslich gereifen, glaube ich. Oh mein Gott. Bro, streamshyper safe. Hit. LOL. Oh mein Gott. Das Geschützturm. Bro, irgendjemand schießt er auf mich. Bro, irgendjemand schießt er auf mich. 28, Blue. Hit, 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 ist da und da und da und da und da. Nein, ich schlag, schlag. Bro, wir haben die Medaille. Medaille, Bro. Ich nimm die Medaille, Bro. Ja, ja, hol mit, hol mit. Der neue Bogen. ich weiß wie die handschuh funktionieren du musst einmal hoch bashen und dann geradeaus auch einmal hoch das ist so op handschuh p oh mein gott handschuh p nach oben oder ganz ganz will die geschichte hier und jetzt haben wir das op auto von dem kollegen hier voll kollegen mega lodon so ist ein boom bogen jetzt schenke ich es erst mal hier wach auf haben wir das op auto das ist ich habe uns schaden gemacht warum hier mit der explosion aus verstehen warum ich hab's nicht gecheckt da ist das schnell oh mein gott war jetzt geschützt keine ahnung oh mein gott das ist so schnell wo das geschützt soll op ist oh mein gott das ist ok warte 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 war dass die granaten warte warte ich so schnell brauche hier wir brauchen hier oder easy 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 das ist alles ganz ganz krank hier was hier passiert was ist das hier für das auto so schnell damit gewinnen hier ist ja also hier wo man was ich alle weg baller mit alles weg ich war alles kaputt das ist doch ist die kiste wo es ist warte 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 kurz hier kurz hier das mit dem ja das ist das ist das ganze ich weiß durchs haus ich weiß durchs haus oh mein gott ich habe mich hier ist ein geschützturm schau mal sind so loot drops der baum hat die geschützturm rand probier mal es geht nicht du musst mit autokassi dagegen das auto ist die da kommen wir kommen da sind welche das war mal an der ich fahre mal durch da ich fahre mal durch ja ich glaube es geht bei den wir hier haben ja das auto so schnell muss direkt auf ballern da die sind da oben ich fahre direkt an da dritte der dritte ja 50 weit johle hat das auch einer 70 ist doch jubi wo ich hier so in meiner wo das ist ein bock jure reichst du mich an das hinterher du kannst dich abhauen oh mein gott wo ist der hier links 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 dann ist egal von oben von oben aber hier der kann ich ab oder kann ich aber das autos zu krassen Du checkst doch nicht, dass das... Wo ist der hier? Komm her, Kollege. Komm her, wenn du dich traust. Mit dem Busch hier? Mit dem Baum hier. 70 nochmal. Oh, Mann. Die können nichts machen gegen uns. Geschützt zum ist so OP. Das ist das Ding. Bro, weißt du, wie schnell der fährt? Und ich kann hier noch anfahren. Bist du geschützt zum? Äh, warte, ich tausgucke. Das ist so krank, was die gerade abgeht. Ey, die Autos, die sind 10 von 10. Ey, es ist zu OP, Bro. Es ist zu OP. Ja, das ist halt Bossauto, ne? Das ist halt wirklich Bossauto, das Ding. Guck mal, hier ist der Zug. Ey, der arme Zug, Bro. Lass mal hier noch kurz die Kiste gucken. Das ist einfach ein Sandsturm. Gut, Bunker bin ich full. Ich hab noch Nitro mit, deswegen. Ja, nimm du Medkit, nimm du Medkit. Nitro hier noch. Ich hab Nitro? Okay, warte, warte, komm mit. Äh, hier, was, komm mal? Hier, hier. Boah, stark, stark, stark. Ey, da hinten sind die Gegner, müssen wir hin direkt. Ja. Komm rein, Dave, rein. Wir machen jetzt das Ding mit Auto hier. Guck mal hier, was ich jetzt mache. Pass auf, pass auf, pass auf, Dave. Buste. Abfall! Wow! Oh, oh my God. Bro, ist das... Das ist so krank, das Auto. Okay, warte, warte, wo sind die Gegner? Hier ist irgendwo eine Medaille. Die sind wahrscheinlich hier drin, in der Arena. Ja. Hier vorn, vorn, vorn. Oh my God! Um. Aber ich hab ein, ich hab ein. Das ist so crazy. Das ist noch einer da oben. Jürgen, wir haben alle! Das ist noch welche. Das ist noch einer. Wieder 70. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wieder 70, weiß, hier auf der Reine. Äh, ich geh runter, ich geh runter. Da ist er, da ist er, da ist er. Komm her, Jürgen! Jürgen, wieder da oben. Da ist noch einer da oben. Immer oben. 70? Juhu! Ich mach's an, Dave Knight! Ja, ich komme! Da ist ein, Dave Knight, hol ihn hier! Oh, ho, 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 ho! Äh, bro! Ach, danke. Es ist einfach die beste Fortnite-Case ever, bro. Der ist da unten, der ist da unten. Äh, äh. Oh, oh Gott, ich hab seinen Sitz gewechselt. Oh, sorry, sorry, sorry. Hier, der ist hier links. Bro, ich fahr hier hoch. Er ist hier. Er ist hier vor uns! Kommst du hier raus? Bro, der ist hier. Oh, my God. Er ist oben. Oh, Gott. Leute, komm ich wieder hoch. Jetzt ist, glaube ich, hier unten drin. Oh, my God, bro. Er hat so Angst vor uns, bro. So Angst vor uns. Bro, ich hätte auch vor uns, angst. Du, die Baller hier alles kaputt. Er hat ab. Wir haben auch ab und zu bleiben. noch ein hier vor uns noch eine auto da vor uns vor uns oh mein gott der eine hat ab vor uns der hat mir die handschuh aber er weiß nicht wie die handschuhe reparatur hier ist reparatur tool das ist so was geht hier ab bitte die heftigste ich sage hier ist einer hier seiner freundschaft ich fahre an das wird schlechter gemacht ich habe weg die hohle die hohle die muss gesagt da ist er erfährt jetzt zwei medaillen bitte du bist der beste fahrer ich bin der beste was hier gerade passiert das ist nicht mehr normal es ist die größte fans hießen diese reingehauen haben aber ich sagte ehrlich es ist wirklich so einfach vor uns ist repair warte mal hier ist repair hier können wir unser auto reparieren ja let's go warte mal hier unten irgendwo was das guck mal hier ist irgendwie oder so kannst du da reinfahren das ist an okay du hast wieder kaputt gemacht wir haben schaden wieder bekommen warte ich fahre mal rein das ist es ist krank wir haben nicht alle medaillen es ist krank die haben doch schon angst vor uns die können ja nichts machen das bockt so heftig also soll ich ja auch dass die zogelig sich klar das medaillen hier medaillen irgendwo 70 auf den wohin da uns ja ich würde ich würde jetzt links ich fahre den direkt umbruch weißt du dich damit ich auch mache wie viel ist es weg ist geliehen geliehen aber der schwasser gibt es immer noch ja ich was da gibt es noch oben sind welche um 70 sehr gut wenn er 70 weiter schlag 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 was mache ich hier ich habe irgendwelche fliegen kreis und auto einer p ich habe die typen hier ich habe nicht nur noch du kannst du die hand schon eben brauche ja ich habe alles gut wir sind ohne diese zone diese zone ich habe bunker brauche ich habe ich auch hier auf der ok ich habe jetzt noch die letzte medaille und haben wie sogar alle medaillen ach du heilige ich habe zwölf kills nur mit geschützt und ich habe auch drei kills ich habe ich gemacht habe ich check gar nicht was ich gemacht habe wo kommen wir ja nie drücken wir ja nicht und nicht und nicht und nicht und nicht und die punkte sind kaputt schau mal da ist aber geil das ist geil wo ich glaube da unten ist einer oder die beiden hier vorne ist nicht nur noch noch ein duo noch ein du hast dich die zone lasst dich in die zone da hat sie was wasser laufen das so op ja ja das ist auch so krank besser aber jetzt näher jetzt nicht mehr also ein nitro effect weg ist hey brüch war sie hier links 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 zurück 23 okay wir warten hier wir gehen hier hoch 200 wir können die epos zu not wir haben der zone ab und dann holen wir uns die eine brauche das auto ist so krank 40 wo es alleine ist alleine erst alleine ist unten deine schlossbruch deines big damit eine frau sind bei uns 28 auch noch mal 24 24 kräger sehen was die unten pushen ich gehe jetzt hoch ich gehe zu ok die mit handschen ja kommt ich komme du kriegst du kriegst richtige rakete jetzt ab du kriegst die richtige rakete jetzt ab hier von stanni auf deckel kriegst du bekommst die drohen die thronen wo man sich wo ist der wusste er ist ganz herunter wieder hat um süden er ist auch so eine mit der hand schon mit der hand schon aber es war das gewesen ich schätze ich das ist ja so krank gewesen like abonnieren pc stanni mehr kann man nicht sagen ich